Ich glaube es war dreifacher so, oder? Nee, zweifach. Das ist ein anderes Grip-Niveau. Ja, das ist heftig. Wie geil das ist, das kannst du gar nicht vergleichen. Ich merke dein Gewicht gerade. Meinst du? Ja, glaube ich dir. Aber hier fahre ich auf jeden Fall deutlich langsamer lang, das merke ich. Ja, ich habe auch Beifahrergewicht gemerkt gestern. Das merkst du sofort, ne? Ja, wahrscheinlich würde ich auch 50 Kilo merken. Ja, das so gerade, wenn man noch ausgeräumt hat und so. Ja gut, wenn du vorher zwei Runden alleine gefahren bist, ohne Gewicht, merkst du definitiv. Ja, jetzt wieder bei Zoll mit dem DT. Ja? Bei Zoll mit dem DT. Ja? Bei Zoll mit dem DT. Fällt echt schön aus, Ding. Kann man nicht meckern. Da ist es gigantisch, eh? Das ist gigantisch, eh? Ja! Dann sind wir vor dem Scheibenhub schon auf Gas. Ja, hab ich gemerkt. Wenn das Auto richtig angestellt ist, dann ist das okay! Noch nichts mehr am Schleifen, ne? Ne. Aber bei mir ein bisschen. Millimeter höher muss man wahrscheinlich. Also der Grip gerade auch langsam eckig raus ist unglaublich. Ja, merk ich. Aber das ist halt der mechanische Grip von dem Auto, ne? Der ist echt hoch, ne? Auch bei dem neuen, ne? Ja. Haben die auch in allen Tests gesagt, wie schnell man aus der Kurve raus beschleunigt kann, ist irre. Auch relativ neutral dafür, dass eigentlich kopflastig riecht, ne? Ja. Machst du mit dem Fahrwagen, ne? Mit dem Fahrwagen. Ja. Merkt man, dass du echt ein guter Setup schon werden hast. So ein Pilot Supersport fängt hier überall schon beim Anbremsen anzuschmieren und so. Ja. Überhaupt nicht vergleichbar. Ja, ja. Kennst du ja. Ist das ein Top-All-Router? Ja. Aber halt. Bestes Sommerreifen überhaupt. Genau. Aber nicht für einen Track geeignet. Nee. Du kannst eine Runde fahren, aber letztendlich. Ja. Da fehlt auch einmal Kurven, das merkt man richtig, wenn ich jetzt bei dir dran sitze. Wenn ich da so reinballer, fängt das sofort an zu spielen und zu rutschen. Ja. Das war ich jetzt eigentlich noch nicht mit dem Korb fahren. Ja. Aber es ist erstaunlich, dieser Kopfball direkt den hat, ne? Ja. 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 Da haben sie eben auch in der Welt, die haben ja gedacht, das ist das. War das schnell. Ja. Das ist auch so schnell. Hier ist mein Sunk am 1,8 Meter. Ja. Wie ist es denn? Ja. Das ist auch so schnell. Der hier ist ein großer Geist, die Traktion abhandelt. Ja, ich merke das richtig. Ich kann so nicht bremsen oder so. Wenn man nicht bremsen, rutscht 10 Meter weiter. So. An Sprechel, die 1,2입 Meter ist wieder kaputt. Tauch, diese 2,25-Bgeherberne Kräuter befindet. Trupal wird auch kein Verzweißer. Das ist einfach noch nicht. 1000 Meter ist das или so. Die 1,626-Bgeherberne Kräuter werden um Abmache 2,625-Bgeherberne. Und hier ist es noch nicht so. Hier ist das geil, Markus. Was hast du für einen Luftdruck hier? 2,4, 2,3. Genau den habe ich auch drin, aber wahrscheinlich umgekehrt. Ich habe hinten 2,3. Ne, habe ich auch. Alle viele. Ich hoffe, es steht einer und fotografiert. Ja, das sind echt manchmal gute Bilder. Die Sonnenstellen fahre ich natürlich deutlich langsamer, wenn ich noch welche stecken kann. Was ist denn hier passiert? Ja. Im Geigenkopf nur eine abgeflogen. Bis gelb war es eine gute Runde. Auf jeden Fall, ja. Deutlich unter 8 auf jeden Fall. Völlig der Flash von dem Reifen. Das ist das erste Mal, dass ich als Beifahrer so eine Traktion erlebe. Und auch als Fahrer hatte ich sie ja noch nicht. Ich bin einmal in Cup 2 gefahren bisher.